Sind alle an Bord? Können wir losfliegen? Roman fehlt noch. Können wir auf ihn warten? Dann warte ich noch mit Einheizen. Wartet, ich komme. Ich musste noch meinen Morgentanz machen. Entschuldigt, Hühner. Tut mir leid. Ich muss zum Heissluftballon. Geschafft. Spring rein, wir wollen los. Moment, wir sind zu viele für den Korb. Kann er sich dranhängen? Roman muss doch auch mit. Bitte. Also gut, häng dich in die Seile. Danke. Knut, Leinenkappen. Leinen los. Ich gehe dann mal zu Edeltrautkuchen essen. Oje, ich bin hängen geblieben. Sollen wir dich raufziehen? Ich kann dich retten. Weiss noch nicht wie, aber es wird schon klappen. Sei tapfer, Knut. Tapfer. Puff, bleib wo du bist. Hier ist kein Platz. Ich könnte ihn sonst holen. Und wohin dann mit ihm? Hier ist es sehr eng. Passt schon. Ich fliege nun halt so mit. Ist noch gemütlich. Hallo, Waldfreunde. Wir machen eine Ballonreise. Oh, schau. Es gibt wieder Honig. Sprich nicht vom Honig. Mir ist schlecht. Soll ich dir einen Genesungssong singen? Da gibt es Delfine. Oh, das ist mein Lieblingstier. Mir ist schlecht. Uff, oh, das Gas ist aus. Das ist nicht gut. Fallen wir nun vom Himmel? Mir geht es noch schlechter als vorher. Wäre ich nur bei Edeltraut am Kuchen essen. Roman, schnell, spuck Feuer. Ich kann nicht Feuer spucken. Ich könnte euch retten, wenn ich fliegen könnte. Ich kann fliegen. Ich kann auch fliegen. Ich helfe dir. Das habt ihr toll gemacht. Hätte ich mich besser machen können. Ein echtes Abenteuer. Uff, wollen wir nächsten Sonntag wieder hoch? Ich bin dabei. Ich gehe nächsten Sonntag zu Edeltraut Kuchen essen. Flipp Flop. Flipp Flop. Flipp Flop. Ich bin dabei. Ich bin dabei.